hallo und herzlich willkommen zu einer nacht einer langen pause eine folge neuen folge animation throwdown mit mir gleich und dem herrn sofort hier nebendran nein nein okay so wir gucken mal es gibt was neues geil und ich muss erstmal schauen hier also erstmal heute mal ein riesen mega box opening pack opening mega box ja mit mythics sogar diesmal wirklich müßig also nicht nur müßig weil herr sofort sagt müßig sondern müßig weil wirklich müßig habe ich gut formuliert so drücken wir da drauf hier aus der box ja das schaffen wir nicht aber so 197 10 und naja holographic was holographic so dann gehen wir hier rein dann machen wir jetzt hier mal goldenes paket goldenes paket hat er sofort gedrückt jetzt drücke ich noch mal drückt noch mal herr sofort oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott was machst du jetzt warum verteckst du denn so den ich sowieso schon hunderttausendmal habe was ist denn das schon wieder für eine kacke hier du hast doch damals hast du gesagt der ist total geil ja ist er ja auch aber jetzt inzwischen bei den ganzen leggi's und so weiter jetzt naja aber ich bin auch schon von einem vitruvianischen menschen mit einem bob zerstört worden in letzter zeit also so ist es nicht ja so dann fangen wir mal an hier gucken wir mal was hier passiert das wäre der oberhammer ja so eine peggie das hat jetzt gerade der herr sofort gezogen so dann bin ich dran und ein truhtan tanz so jetzt was nein so ja jetzt bin ich wieder tragen das war ich gerade eben jawoll zweite leggi ist da und ich bin jugendlich so du bist nicht jugendlich nein das merkt man instant wenn du sprichst wieso weil du so wie ein erwachsener wie sprechen denn erwachsene komisch was so okay so weiter gehts weiter 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 so und zweite sport karte jetzt hier sports pop 5000 und 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 mit rubianischer menschen waren über 20 also über 20.000 so jetzt fertig okay aber jetzt wird es spannend jetzt wird es spannend weil wie ihr seht wir haben zwei legendäre steine erstmal fangen wir mit dem kraftstein an genau das mache ich einmal bäaam snm peter den habe ich bis heute nicht den habe ich bis heute nicht ich habe ihn schon hunderttausend mal als ich dann gib mir einen ab bitte legendären stein ist die mythic is coming und jetzt gehts los der sagenhafte stein mythic is coming nein die die ich wirklich nicht haben möchte also naja also ich hätte mir jetzt jede andere wahrscheinlich merken ja wohl besser als stuie aber louis naja ja ja keine ahnung wochen gewartet um eine louis zu bekommen ist das nicht geil ja das ist sehr schön gucken wir uns die ausbeute jetzt an hier wir haben jetzt eine louis ach so stimmt die muss ja gecraftet werden genau also dann drücken wir mal da drauf was ok ich will das nicht ausprobieren kannst du ja gerne bei dir irgendwann mal machen wenn du irgendwann mal eine das geht kannst du mal hier um switchen so also und jetzt da das müsste jetzt reichen oder ja und mythik jawoll louis meine zweite mythik auf dem zweiten account so jetzt noch ganz kurz mal die ausbeute reinschauen nein haben wir nicht wir sind gleich zu der mythik rüber gesprungen warum gehst du rein gehst du da raus und gehst wieder rein gute frage so einher gleich so dass ich noch schnell 1 2 3 4 und dann gucken wir uns an die ausbeute das ist eins gleich das ist einfach so wir hatten einen bänder bekommen wenn die school beziehungsweise das ist eine bending school das ist cool die kann ich jetzt auf jeden fall schon mal füßen wuhu ja gleich kann doch kaum füßen eine bending school füßen ist nicht schlecht das ist ganz gut da freue ich mich drauf die mit dem bänder zusammen macht spaß naja die bänder ist so dann gucken wir mal die habe ich ja schon was was alles kommt hier naja was heißt was alles dann habe ich noch woran erkennt du das kommt ja da oben an die kanten so kurz schule hochbegabte das reicht nicht holographic washington habe ich den ne also naja das hat sich jetzt nicht wirklich ah den sportsport habe ich den aber auch nicht okay also also hat sich nicht wirklich großartig jetzt gelohnt bis auf die auf die mythik hat sich auch nicht so wirklich gelohnt weil es die louise ist naja aber die bending school habe ich wenigstens jetzt bis dann machts gut ciao